U mit diesem Warten was machen die Bullen ach ja genau ich habe ja ein bisschen mit diesem Warten begrüße ich euch zu Sainsaw the 3rd das ist der 100. Part... ne keine ahnung was das für ein Part ist ich habe jetzt ein paar Nebenmissionen gemacht dass ich auch ein bisschen mehr Kohle bekomme ähm schauen wir mal welche Aufträge machen wir haben Olack oder Kinsey nehmen wir mal Olack Ach du Scheiße, lass mich mal durch, tschuldigung, tschuldigung, ich muss mal hier durch. Wir haben ein Gespräch, um zu kommen. Wie kannst du mich verletzen? Mal sehen, was jetzt auf uns zukommt. Das ist doch sicher eine Falle, oder? Entschuldigung. Und da sind wir auch schon vorbeigerasselt. Und nochmal rein. So, Zwischensequenz. Hm. Hm. Ich wusste nicht, dass du ein Patron des Arten, Viola. Wir hatten nie wirklich die Chance zu sprechen. Was, mit dir ein Forschungsprozess? Ich würde mich nicht auf den großen Mann. Schau, ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Wir müssen zusammenarbeiten. Genau. Johnny ist tot, weil du. Johnny ist tot? Weil er dachte, er kann alles auf seine eigene. So, was ist da für dich? Ich werde, dass Kilbane zu kämpfen. Kannst du schön spielen? Ich bin immer einfach ein Mensch. Was ist jetzt los? Was ist das? Nichts gut. Los geht's! Ach, das ist also die Stag-Initiative. Ach du scheiße. Die St. Sieg hat mit einer der Duwinter-Süster. Wir müssen in den Weg gehen. Roger, kontaktiert mich, wenn du die Umgebung steckst. Ja, Kommander. Wir hoffen, die Front ist klar. Wer waren die Leute? Soldaten haben eine Art. Obwohl ich die Uniformen nicht erkannt habe. Wer auch immer sind, der ist tot. Vielleicht Killbane senden Mercs. Er denkt, seine Luchadores sind unstoppable. Ich glaube, er würde ihn fragen, dass er das rauskommt. Also, wir haben ein neues Problem. Das ist klar. Noch irgendwo einen? Da ist noch einer. Gut, dass ich meine Gnaden... ...schon sehr ausge... ...bessert hab. Oleg räumt hier aber auch ganz schön auf. Kann ich den nicht auch irgendwie? Ne, doch nicht. Ach. 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 Schauen wir mal. Wie gut ist die? Ich glaube, ich dürfte noch nicht sehr gut sein. ... ja ja jetzt würden wir dann schon lang zu den Chat bekommen den wir ja schon haben oh Flugzeugträger der Kurschule die 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 Tja, wenn man richtig Bewaffnung mit hat, sind die auch kein Problem. Scheiße, da kommt noch einer. Oh, er schießt mit dem Gasbehälter drauf. Jetzt habe ich aber nur noch einen Schuss. Komm. Bleib hier! Ach, der stürzt da. War hier nicht irgendwo noch einer? Hier war der Schuss. Au. Ich krieg sie, ich krieg sie, alles im Griff, alles ruhig. Hör! 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 Wohin verschwindet? Hör! Hör! das hier jetzt schon alles aussehen. Lebt hier doch einer? Sag mal. Wo ist er denn? Sag mal. Da ist er. Der Raket-Werfer. Bunk. Mann, hier geht's ab. Wo denn? Oh. 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 Hör auf mich zu grillen, dir. Oh je, noch einer. Oh, 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 oh. Wo ist er? Komm, 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 komm. Ich habe dich, große Mann. Geh es, du bist ein Geheimdienst. Enough of this. You go, I'll get their attention. Was? Was macht der? Oh shit. Oh shit. Oleg ist da drauf. Wie Godzilla. Nichts wie raus hier, ja. Das ist ein gutes Stichwort. Ach du meine Scheiße. Stress, Stress. Und weiter geht's hier im Stiftflug. Du bist sicher, dass du uns da gehst? Sicher? Nein, nicht wirklich. Ich bin immer gewinnt. Okay. Geh doch weg. Willkommen in unserer friedlichen Stadt. Das ist es. Nein, mach das mit mir. Ich bin immer weh. Oh, komm schon. Oh shit, komm in der Auto. Quick. Oh, oh shit. Oh, oh shit. Oh, oh shit. Oh shit. Oh, oh shit. schütteln aber da waren nach den schaden ja ich mir jetzt gerade keine Zeit zum Dach sind Stress 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 außerdem ist das kein Heli sondern ein Jet der uns da verfolgt Roman Roman aber wir sind gleich da weg da oh du verdammter ja hoffentlich aber weit ist es jetzt nicht mehr oh mitten rein oh shit Gott sei Dank hilft das Auto wir schauen ich bin ich hab gerade mit Führerschein gemacht doch ich mach das noch nicht so lang aber wir müssen da doch nicht die Versicherung mit reinziehen ach tut mir leid ach ist ja fast schlimmer wie ja wir haben wir haben wir haben wir haben das ich bin ich bin ich bin ich bin von von ich bin 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 ich bin